Ein Geheimgang, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Scheiße, ey. Wo hab ich denn was übersehen? Haaa, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Also ich bin mir wirklich fast sicher, dass ich was übersehen hab. Also was ist gut? Wahrscheinlich ziemlich viel. Egal, ab ins Nest. Pyrumbonianische Nester, schon bald erkannte Ape die Macht der Pasteten. Sie kamen wirklich wie gebeten. Wow, der rastet voll aus da oben. Suche aus der Ferne, ne? Ey, ich hab einen. Eine Energie hab ich. Ich will nicht aus der Ferne suchen. Ich würd liebend gern, äh, jetzt direkt loslegen. Ah, das sieht auch geil aus. Ich mag einfach das Design. Es geht schon los, oh mein Gott. Ho! Es muss wie am Schnürchen laufen. Hervorragend. Kann ich kurz durchatmen, so wie's aussieht? Durchatmen hat er ein Ende. Ach komm. Ach komm. Da war ich auch wirklich ein bisschen langsam, muss ich sagen. Ape, es war nicht deine Schuld. Moment. Willst du gucken? Ich glaub's nicht. Die speichern nicht, dass ich verficktes Fleisch in der Tasche gehabt hab, ne? Aber die speichern, dass ich nur einen Lebenspunkt hab. Was ist das denn für eine Sauerei? Okay, Quick Save. Muss ich es hier nicht unnötig schwer machen. Okay. Genau, hier war, glaub ich, eine Sache. Oh, da bin ich immer gestorben, weil ich nicht wusste, dass man während des Laufens rollen kann. Hier war's, glaub ich, glaub ich, ja, ja, genau. Also vor Ewigkeiten. Das ist wirklich schon sehr lange her. Tempo der Mudomo. Rein da! Oh, leck mich am Arsch. Okay, wir sind, glaub ich, fast am Ziel. Wir sind am Ziel. Was? Glaub ich jetzt nicht. Dankeschön. Ha! Okay, den hab ich nicht gesehen, dass er Pimmel lauert, ey. Ich hab kein Fleisch mitgenommen. Ich brauch kein Fleisch. Ja, bitteschön. 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 Rein da. Die Pimmels würden bald sein Fleisch verbrennen. War's zu spät, um wegzurennen? Sein Fleisch verbrennen. Das ist so schlecht, ne? Das ist so schlecht. Tut mir echt leid. Es war schön und gut, dass sie sich da so hier poetisch ausgelebt haben, aber das ist einfach so schlecht. Ah, hin da. Oh, schöner Brunnen, schöner Brunnen. Boom. Boom. Also hier soll's angeblich keine versteckten Mudagens geben. Deswegen... Ui! Guck ich mir jetzt hier jetzt auch nicht weiter rum. Ah, sieht schon geil aus. Ich mag das. Rainer! Oh, mein Test war complete. I expect it to rest. Then Big Face revealed the intent of my quest. The two guards together on the back of each hand could shut down, rupture farms and restore the lost land. Okay. Haben sie schön gemacht. Diesmal haben die wirklich die richtige Reihenfolge genommen. Auch von den Texten her. Apecat endlich zurück nach langen Darben. Seine rechte Hand trägt die Paramite-Narben. Und meine linke Hand, hm? Du wirst zurückkehren. Ich bin doch schon jetzt zurückgekehrt. Oh, ich weiß schon, wie viel ich jetzt hier verpasst hab. Na ey. Scheiße. Ich hab da gar kein gutes Gefühl. Echt nicht. Also das können nicht alle gewesen sein. Das kann ich nur aus einem Geheimgang bestanden haben. Richtig schwach. Richtig schwach, Dennis. Ja, was muss ich jetzt machen? Geboren jene ohne Geschichte. Den Arbeitern des Fleisches. Sie darben im verfluchten Biest mit dem unstillbaren Hunger. Achso, okay. Das hab ich schon mal gelesen. Gestern ziemlich genau. Okay. Er und Nu. Ah. Okay. Ah. Ah. Ahhhh! Now my chit had power. 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 Sehr cool, sehr cool. Das war früher damals... Alter, wie seh ich denn aus? Oh mein Gott! Ich bin die Apokalypse! Bleaaaaaah! Krasser Scheiß. Das war früher meine... Wie, nur noch zwei Anwendungen jetzt, oder was? Kannst du mich verarschen? Alles kaputt machen! Ah, geil. Waptcha Farms, wir stellen ein, okay. Da sind Flaschen! Ist das hier, äh... Äh, hier, äh... Soulstorm? Wie höre ich mich denn an? Ist das Soulstorm-Raurei? Coole, 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 coole. Das finde ich gerade sehr schön. Ernsthaft. Was ist da rechts für ein Schrein? Achso. Wie kann ich da oben einfach nur hier... ...beten? Während hier... ...ich einfach nicht mehr zurückkam? Was ist das denn für ein... ...für ein... ...für ein Driss? Er hätte holen Schatten. Kollegen. Ja, egal. Komm. Kehren wir zurück nach Waptcha Farms. Freie Feuerzone. Eine unbekannte Welt, gilt es zu entdecken. Seltsam vertraut darauf. Was magst du dich dort verstecken? Wahrscheinlich 400 Milliarden Mudakens. Bäh. So, das war jetzt nochmal der Punkt. Zurück zu Waptcha Farms. Ich höre auch schon Mien. Hoi! Okay, jetzt werde ich wieder... ...besonderes Augenwerk drauflegen... ...versteckte Dinge zu finden. Dit dit. Das ist total unsinnig, weil ich bewege mich ja sowieso. Okay. Dit dit. Dit dit. Dit dit. Komm. Ah, ich bin so ein... Wow! Also manchmal, ne... ...kann man ja auch gerne mal an sich selbst zweifeln. Danke. War jetzt nicht so schwierig, oder? Das ist schonmal ein Slockzwinger. Was ist da oben? Was ist da oben? Was ist da oben? Strom ist da oben. Komm ich nicht hin. Ich will da oben aber hin. Oh mein Gott! Da kommen Hunde. Hundis! Ähm... Ja. 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 Ich bin jetzt grad ein bisschen konzentriert, weil ich jetzt nicht genau weiß, was hinter mir liegt. Okay. Ja. Vielleicht soll ich den Strom erstmal da lassen. Weil... Danke. Genau das wollte ich sehen. Genau das wollte ich sehen. Und auch hören. Ah, hier ist grad viel zu viel Action! So viel Rot. Ich mein, das sieht zwar extrem geil aus. Danke. Das machen wir jetzt mal ein Quick-Sap. Gucken wir mal, ob hinten der Strom auch aus ist. Ich geh mal nicht davon aus. Ich geh mal nicht davon aus, dass der aus ist. Hahahaha. Vorsichtig. Vorsichtig. Nein, okay. Ich geh jetzt noch an. Jut, jut! Ist das auch noch eine Mine? Keine Mine, okay. Aber hoffentlich ein Geheimgang. Ist ja scheiße, wegen des es lohnt. Was steht hier? Vergiss! Deinen! Stein! Nicht! Ernsthaft dafür genug? Kein Geheimgang? Oh Mann! Ich hab mich auch nur mit einem Mutagen erstmal zufrieden gegeben. Ja. So, komm weg mit dir. Dankeschön! Ich mag diese Laserschranken eigentlich auch. Die sind irgendwie um einiges bedrohlich aus. So. Komm, geh weg. Dankeschön! Ach, die Scheiße war das. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Aber Glücklicherweise habe ich hier einen Quick Save. Ich hab keinen getroffen. Ich muss wirklich jeden einzelnen treffen. Oh, Vorsicht ey, dass ich nicht in die Alarmalage reinfliege. Okay. Okay. So, ich will den, den jetzt richtig treffen. Nein! Kann ich schein! Kein Geheimgang, okay. Der fuchsiert auch so. Perfect! Ist das ein Slug oder ein Snig? Das sind, glaube ich, Slugs. Ja. Scheiße, okay. Lauf, Schlampe, lauf! Ich komm' da nicht hoch! Oh mein Gott! Was? Ich hab's nicht getroffen. Schade. Okay, okay, okay. Na, der Versuch. Huia! So, jetzt aber. Da nicht hoch. Rollen. Springen. Warum, warum, warum bist der Besen, Neffen? Warum hältst du dich denn da nicht fest, du Vollidiot? Spang, ey! Kann nicht sein! Wie doof bist du denn? So, und nochmal, weil ich so schön war. Ich roll mich schonmal. Ich hoffe, ich bin, wenn ich mich roll, nicht ganz... Ne, ich bin tatsächlich langsamer, wenn ich mich roll. Das wusste ich nicht. Denn früher war man nämlich genauso schnell. Okay, so. Okay, es war auch gut, dass mir jetzt ungefähr so im letzten Drittel des Spiels auffällt. Oh mein Gott. Ja, danke. Okay. Oh! Bist du eigentlich nur doof? Scheiße! Man! Fuck it! Da brauche ich Steine für. Ne! Das sehe ich nicht ein. Ah, scheiße! Ich muss nochmal Steine holen. Fuck it! Ja, du bist aber wirklich ein bisschen doof, ne? Wirst du einfach direkt mal... Komm! Ja, danke. Okay. Achte, ah, die Minen habe ich total nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, ist mein Fehler. Definitiv. Ja, auch das war mein Fehler. So, jetzt... Jetzt könnt ihr sagen, äh, die Ungeduld schlägt zu. Also, okay. Puh! Einfach mal mit Kontenanz, dann klappt die Scheiße auch hier endlich mal. Das ist eigentlich wirklich so ein Spiel, da brauchen wir eigentlich nur Geduld. Ne? Mehr nicht. Dann ist das Spiel gelöst. Nur ein bisschen Timing zwischendurch mal. Ah, das könnte natürlich mit ein Grund sein, warum ich hier solche Probleme habe. Ja, ist okay. Ich hole noch mal ein paar Steinkins. Heio! Ähm... Ah, da sind sie doch. Sehr gut. Hoch. Heiho! 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 Ganz schnell! Soll ich die versuchen kaputt zu machen? Nein! Warum auch? Warum auch? Komm ich so vorbei. Puh! Ich hab's tatsächlich geschafft. War zwar nicht so cool, aber ich hab's geschafft. Jetzt hab ich noch Steine, ne? Scheißspiel. Merkt ihr das bloß? Ja, ich weiß, ich hab's gespeichert. Ich hab nur ein bisschen Angst, dass wenn er den automatischen Speicherstand lädt, dass er die Steine nicht mit hat. Denn jetzt hab ich noch... Fünf Steine. Sehr gut, okay. Okay, okay, okay. Heihoi! Heihoi! Okay. Kannst du mich mal bitte wieder verpissen? Einmal weg hier. Dankeschön! Hab ich ein Quicksafe gemacht? Vermutlich nicht, ne? Ha! Ach, ich bin so dumm, ey. Schlimm ist das. So, okay. Das schaffen wir doch mal. Das ist nicht schwierig. Echt nicht. Man muss nur wissen, was man bedrücken muss. Jetzt aber... Weil jetzt halt... Jetzt drück ich einmal Kreis. Jetzt muss ich nochmal Kreis, um aufzustehen. Und das hab ich einfach nicht verinnerlicht. So, hoch da. Okay, machen wir hier nochmal einen Quicksafe. Steine sind vorhanden. Das ist gut. Die Slogs kommen nicht auf mich zu, ne? Ja, okay. Ah, okay. D-döt. 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 What? Okay. Super. Minenspiele. Schön. Haben wir ein Trophäe bekommen. What the fuck? Ha, 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 ha. Damit hab ich wirklich... ... alles andere als gerechnet. Äh, okay. Ist das so laut, wenn ich einen Stein damit tätige? Ernsthaft? Mache ich das doch anders? Mache ich das doch anders? So, dann von hier aus einen Stein da reinzuschmeißen? Mache ich das doch anders?